hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge zu der skyline versuchen wir noch die probleme zu lösen die existieren so wenig für fahrzeuge ich weiß nicht mehr sein so pj das soll eigentlich richtig voll sein aber wir haben probleme dann und toten wenn er vor die her der lage das heißt da wäre man was tun müssen da gibt es ja die möglichkeit noch etwas bauen das kreatoriums noch zwei dazu gebaut aber ein verkehr ist echt ein problem also der bahnhof hat präzis problemen verstärkt irgendwie fahren zuviel ran vier passagiere ist ein witz mehr weniger das ist doch vielleicht sinnvoller hier brauchen wir noch einen karator werden jetzt können wir da in die stadtmitte ein hin knallen und dann kriegen sie gleich eine arztverkletter her aber echt mit den zügen ist schon scheiß ab so hier vor ich habe vor vor diesen knotenpunkt den muss ich umbauen das versuchen hier haben wir eine gute straße da wenn man kann großer bahnhof ein bahnhof zwei drehen ein bisschen meine mitte das heißt so verlegen so 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 jetzt haben wir schon mal angeflossen hier noch strom wasser verlegen hier hat man wasser wasser haben sie nun so so strom strom haben sie auch hier gibt es noch eine Verbindung dann neue dann neue so 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 mal schauen wir angenommen wird so 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 Okay. Vielen Dank. 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 Good. So. 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 löschen kann man alles nehmen für den forstbereich arm droht sektor definieren löschen die die sie die 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 ja jetzt ganz sicher vollmondviertel vollmondviertel wenn man eine straße einbaut einfach eine straße einbaut schöne große straße vollmondviertel 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 endlich und sagt dass die zeit ist überlaufen ich sag mal schön dank fürs zuschauen hoffe wir sehen uns wieder ich sag mal winkle bei bis zum nächsten fall ich sag mal winkle bei bis zum nächsten fall